und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge arctech hunter mit dabei der mr helm der aufpassen und der ttttttp so heute wollen wir endlich mal eine höhle wir haben ja es endlich mal geschafft uns zeit zu nehmen und sind soweit dass wir mal in die höhle können gar nicht lange dauern aber base ist jetzt soweit sicher wir haben jetzt auch ja endlich passiert sogar da und ja werden jetzt die ganze zeit zwar immer belagert und haben doch endlich mal ihr seht schon lauter tiere geholt aber das haben wir jetzt nicht aufgenommen weil das halt ziemlich ja immer das gleiche ist ja auch mal die ganzen pakete als rüstungsteile und munitionen brauchen wir haben es ja am besten am wichtigsten ist natürlich das schild mich wundern es ehrlich gesagt dass es von euch nach keiner geändert hat aber herr mir läuft sich die ganze zeit schon mit der schere rum und verteilt neue frisuren natürlich so ist wichtig muss auch stylisch ausgehen so wo wollen wir hin wo müssen wir hin hat jemand koordinaten ich weiß wo die ist reicht doch was jetzt schneehöhle wollen oder was also 41 5 46 9 schneehöhle oder was ja dann können wir durch stargate nein 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 du meinst jetzt die an der küste ich meine andere küste ok na gut wenn du weißt wo die ist dann folgen wir den helmen auch du meinst du die an der küste im schneegebiet helm oder ja die an der küste dann lass uns dann der an der küste gehen dann können wir aus der schnell ach übrigens wir haben pullover wieder gefunden da steht da 161 in der schwarze na direkt an der küste im video gedanken nochmal an den tipp jemand hat bei mir unter das video geschrieben dass ich direkt dran vorbeigeschwommen bin und dann bin ich heute noch mal kurz da lang geschwommen der ist nicht im Wasser äh nein da war ich doch nie auf die Zeit das krasse war die müssen ganz schön damage haben weil der hat alleine obwohl er da so getrieben hat zwei mantas kaputt gemacht und die machen ja auch schon gut damage ja die sind gut im wasser und er ist ja nicht wirklich der schwimmer so ok wo wir hin zu 21 14 genau wir werden halt hier die ganze zeit auch immer belagert fritzi sucht frau kommt die ganze zeit und stresst fritzi sucht frau kommt die ganze zeit und stresst uns er hat die ganze zeit nichts zu tun als fünf stunden lang wenn session ist hier irgendwo vor unserer base socken naja warum Hallo Mutti Hallo Mutti Wir auf YouTube ich bin auf YouTube Oh hier hast du wieder den Backhelm wenn du, wenn du diese, nein diese großen Pflanzen bist du durch? Ich hab mich ja schrocken Ich spring nämlich gerade ins Tage, da sagst du der High-Pod ich so denke nein jetzt kommt im Notpol raus aber da bin ich ja quasi okay so ist ein Wolf, welches Level? Oh Passe, hier weiß ich nicht wo wir hier sind wir müssen allerdings ja und schon aus dem Lager in Lohlen lassen in den Moment und das ist gut ich glaube wir müssen allerdings weil ich immer danach gesponnen habe ich gesehen na ja genau wie den Blubert hier sehen das Leben nach der Bühne das ist ja rechts rum 10 9 Uhr die Euro hoch unser Motiv die sich um die Hälfte da sind fast alle müssen recht um ich doch hier war müsste die Hälfte so hier unten oder nicht oder nicht ich kann nix dafür das genetisch veranlagt das sind so die eingebauten Sände da müsst ihr sein sag ich doch sag ich doch da ist er da hinten wo bist du? seid jetzt links rum oder rechts rum? vom Stargate vom Stargate weg rechts naja ich such grad den Aufgang runter lass mal am Rand lang hier ist noch ne Explorer Not von diesem Bus aber hier gehts nicht runter ich glaub mein Gefühl sagt wir müssen in die andere Richtung von dort aus geht die Klippe runter das kann auch sein ich bin ja da immer übelst weit geschwommen ja ich zieh doch mein Fehler ein ist so in Ordnung musst du eben auf mir rumhacken nein du musst doch noch sagen ich kann nix dafür ich kann nix dafür genau sehr gut sehr gut weitermachen weiter ich kann nix dafür ich kann nix dafür ich nix deutsch so warte ja soll ich mal schnell zu dem blauen Kristall da holt ich jetzt was super tolles raus oder oder? pass auf wieder ein Quoplot oder wir sind auch so wohl hier direkt am Stargate geht runter wir sind ein lauter Wölf ey das wussten wir doch mit blauen Hosen aber richtig viele Wölf wir können ein Schild bauen yeah aus Eisen sogar yeah Level ich hab mir die Explorer Not geholt wo es runter geht wo hier gehts runter her ne ja wo hier Chris siehst du uns ich seh'n Töppi ich seh'n Helm ich seh'n Töppi ja der entleert sich Helm steht neben mir hier ah oh 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 ich hab' aber ich war schon auf der Kante aber der Chris kennt den Weg man ist nicht weit darüber zu paddeln ne ich bin ja ich kenne den nur von unten ich kenne den nur von unten ich kenne den nur von unten sag ich ja hier ist ein heuerlich aber kommen wir da kommen wir gar nicht mit Dings rein oder? na 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 das heißt du bist nicht zu Fuß und wollen wir die jetzt wirklich hier stehen lassen? nein never niemals lassen wir stehen so eine Kacke ich wusste direkt wer hat denn die Schnarchidee die blöden Tiere mitzunehmen na wir wollten ja eigentlich ich dachte dass wir in die Höhle gehen äh äh wo ich vorher gesagt hatte mit den Koordinaten dass du die meinst ne ich dachte ich dachte es geht aber weg da es leckt es leckt es auch mit dem Kopf rennen gegen den Eisenfelser es leckt der arme Saber ha 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 wo wollen wir die jetzt parken na eigentlich können wir die zurück bringen ganz ehrlich jetzt bringen wir die zurück ha 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 wieder bestens vorbereitet ha 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 ja ja ganz ganz unauffällig 25 Pakete hier wo ist der Chris jetzt hingerannt ich komme aber habt ihr angewählt ja geht grad drauf ja ja wollt ihr eigentlich den Scheiß echt töten ja und tappen nämlich eine Explorer Note geöffnet dann kriegt der XP hier ist ein Dodo soll ich den mal schnell umprügeln dann mach doch so ja dann können wir auch echt laufen ich habe auch gedacht eine andere Höhle dass wir da mit Viechern äh stehen lassen haben wir ein Gummibärchen ja hier ein eine muss reichen komm her zack aber da muss ich meine Rüstung noch rausnehmen zack ach ne was denn verkackte Saber hat ihn gefressen mimi 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 ist aus dem Latschen gekipp hab ich mein Dings noch ja auch meine Äffchen mann er wollte mir das Weibchen klauen sowohl die Kamparas sehr durch so Forst Disconnect ne der war schon hier der kam ja nicht aus dem Schneebium logischerweise so uuuh und anwählen nochmal dahin 21 14 ich hab jetzt schon Hunger hier liegt was so für dich Spuck und ab ins Weltmeer ne 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 verdank mich nicht nochmal hab ich den Affen auf der Schulter hier oben zack zack dann kriegen wir halt wieder lauter Dingswahl ist der Höhle wenigstens wärmer natürlich nicht wahrscheinlich nicht da ist richtig kalt echt nicht wegen Medical Bruce mitnehmen hab ich schon gesagt hast du nicht gesagt natürlich hab ich es gesagt ich hab kein einziges Medical Bruce komm wir haben noch alle gut Moveman Speed wir rennen da jetzt einfach durch du weißt nicht wo lang du weißt nicht wo lang blittest bitte ich weiß es ist schon die erste Spinne Hilfe ja eh 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 nicht Hilfe bohren raus Kollege ja zack zack weg rechtslang wir können ja auch nein nein wir können nicht bitte um rechts lang immer rechts sobald ihr könnt rechts haha falsch rechts genau rechts ich glaub das brauchst du nicht mal aufpassen wir sind so mit einem Bogen ja ihr musst aber auch aufpassen dass du die auch triffst schießt du oft gegen unsichtbare Wände oder leck ist gut ist down können wir weghacken ne so weiter immer rechts immer rechts halten rechts 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 ok jetzt hier lang ja fliedermaus dies bei euch ok aber hier gehts nicht weiter nach rechts so ein du sollst dich immer nur rechts an der Wand halten ok ja ja aber hier gehts nicht weiter klatter man hau ab bist du es da hoch? grappling hook oder was? nein kommt doch mir hinterher wir sind immer rechts abgebogen dann gehts hier ins nix hm kommt einfach mir hinterher ja naja du hast einen rechts ausgelassen gar nicht wahr na klar der Helm ist nicht das beste Navi aber wenn du vorher ran bist das wäre bestimmt super gewesen ich kenn die Höhlen nicht mal ich kann nicht dafür ich kann nichts dafür ich bin so sag ich hab auch ein Schwert dabei für die Fledermäuser das ist dann einfacher das ist doch Excalibur ja kenne ich doch und guck mal hier na na und was haben wir? gibt's was? na 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 ich wollt nur mal zeigen was macht er er springt direkt ran die Respa weißt du wo der andere ist? der Lootgrade von hier drin? nö aber in der Fakt muss ich schon mal aber hier waren wir ja grad auf Basel da drüben standen wir grad wo wir gesagt haben da gehts nicht weiter rechts schaffen wir es da rüber zu springen aber ich müsste gehen nein nein Previously das erste alte Repakt hatte mhm hast du keine grappling hooks dabei? warum Risiko? c n Wo bleibt es? i kann nicht dafür na ach man Ned 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 Ja, guck mal nach dem Dings, der ist wichtiger, dem Super-Loot-Dings-Crate. Ach, Mann. Ich hab aber ganz ehrlich in dem Projekt auch mega Pech. Also, naja, kann man auch so nennen. Nee, wirklich, so oft gefailt wie hier hab ich noch nie. Tappi, wo bist du? Kommst du mit zurück? Ich rufe mal an den Loot-Gerät gleich rein, wenn man schon mal unten ist. Ich höre, hier gehen immer irgendwelche Rüstungsteile kaputt von euch. Nee, ähm, aufpassen, schieß ich. Liegt meine Leiche da unten noch? Aufpassen, liegt meine Leiche da noch eigentlich? Bleibt die da? Kann man die hochcrabben? Du, du bist ja irgendwann nirgendwo geflogen. Ja, da unten. Also, da ist alles schwarz. Geht's auf die andere Seite rüber, da wo der Chris hinwollte. Okay. Und was hab ich nicht gemacht? Schlafsäcke gelegt. Wollen wir uns jetzt da auch nochmal das Ding holen, da am Helm, oder was? Ja, machen wir. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, dass das Artefakt zum Looten genau immer nach links gehen ist, vom Anfang aus. Kann sein muss aber nicht. Ich bin mir eigentlich fast sicher. Tappi, hast du Flint bei? Stone und Wut? Wind, Stone? Nee, natürlich nicht. Stamm. Ich würde gern Lagerfeuer bauen. Ich bin schon halbtot. Ohne Scheiß. Ich gehst dir wieder Medical Boots, nur mal hin. Warte, ich hab auch schon mal. Echt, ist da unten einfach nur schwarz? Du guckst mich nur runter. Ja, ja, da ist alles schwarz, da siehst du nix. Ich gehst mal Richtung Anfang, guck mal. Wo sind denn die Medical Boots, bitte? Hast du auf die nicht hinigelegt? Happy wollte zu trocken. Ich hab einen Abhang runtergeturbt. Pass auf, dann komm doch schon hier runter, dann musst du eh hier runterhängen. Und dropig sie dir hier unten. Ach, Thatch fehlt, euer Ernst. Halt, halt, nicht in die Kram schmeißen. Aber der hätt auch eigentlich, Anna alleine oder zwei, hätten da in die Höhle, das hätt' gereicht. Ja, weil der Dimo Foto kann überhaupt gar keiner dir vertragen. So viel dazu, nimm durch ein Tier mit. Naja, die müssen dann wahrscheinlich 1, 2 Level kriegen und dann... Ne, ne, hab ich grad schon gemacht, den gelevelten zu. Geh trotzdem nicht. Vor allem hatten wir nicht noch irgendwo... Hast du gesagt, ach so, bei Waffen. Ne, wo hast du die reingepackt, die Fallschirmer? Ähm, doch, im Waffenschrank hab ich 22 Stück rein. Ah, hier, zack. So, die halbe Ausrüstung hat uns Villa 500 Eisenbacher in die Kost. Könnt ihr, wir haben ja einen Affen, Helm kannst du ausprobieren, ob du einen Affen das Artefakt reinlegen kannst, dann können wir noch ein viertes mitnehmen. Ich hab noch kein Artefakt, jetzt kommt der erst. Zack. Keine mit. So, zack. So, gehen wir noch. Ich schmeiß mal grad einen Affen hier hin. Eigentlich nichts. So, und jetzt guck ich mal rein. Hey du, Essen brauchen wir auch mal wieder. Ne, gehen nicht. Verwegen. Ist das wohl gepatcht worden? Haben sie's weggemacht wahrscheinlich, ja. Ja, aber ich bin fast gleich wieder da, wenn ihr noch was habt zum Tragen. Kommt mal wieder zurück. Wie bist du da rüber? Ja, einfach wieder so, wie wir gekommen sind. Oder mit Grapplinghooks. Bin einfach wieder zurückgelaufen. Oder so wie der Typ wie mit Grapplinghook rüber. Wie löst man das Ding hier mit? Okay. So, und jetzt hier lang, gell? Ja, Moment mal. Wie geht das? Du schießt denn da hin und dann? Wie war das aufrollen? Die linke Maustaste. Die linke Maustaste ist aufrollen. Aufrollen, aber nee, das ranziehen und rechte Maustaste ist wieder mehr. Die haben wir doch gar nicht gezeigt. Und T ist loslassen, ne? Nee, C, aber das verstehe ich erst mal hier. Und so ein wunderschön. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zurück und gehen wir jetzt mal links lang. Ich bin mir nicht fast sicher, dass da der Lootkirt ist auch noch näher wie der. Gehe heute. Warte mal. Wie passen wir nicht noch irgendwo Grapplinghooks? Seht doch nicht so schnell. Ja, danke. Ja, bleib einfach hinten dran. Du musst nicht mehr umgucken, ich schaffe, die hinterher zu laufen. So, hier werden wir das mal wieder zum Eingang finden, ne? Ich bin jetzt wieder auf dem Weg zu euch. Kurz durchs Stargeld, dann bin ich ja schon da. Dürftet ihr auch meinen Namen sehen, dann habt ihr den Eingang. Du musst einfach nur links bleiben. Jetzt, in der Theorie. Ich kenne hier fest. Ja, ich bin ja hier, wo kommt man her? Jetzt habt ihr euch verlaufen, oder was? What the fuck? Ja, warte mal, ich sehe, geht hoch. Kann jemand von euch noch so 10, 20 Metall-Arrows abdrücken? Scheiße, ich bin nicht alt. Nein, warum nicht los? Ich habe nur 13. Nein, 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 nein. Ich bin beim Töppi. Ja, das ist toll, dass du jetzt beim Töppi bist. Also, hier sehe ich jetzt nicht mehr. Ich sehe euch, da hinten. Hinten, eine Wand irgendwo. Ja, hier ist, glaube ich, hier ist der Ausgang. Fast da, fast am Höheneingang. Dann belüftet der meine Arme sehen. Rauchen. Genau, jetzt hierhin. Ja, ich komme ja. Komm angekrochen. Geh schneller. Müsste der Ausgang sein hier, ne? Gibt es da? Meinst du? Also, doch sehe ich euren Namen nicht. Dann lass doch rausgehen, der der Ausgang sein wird. Ja gut, wir wollen aber noch den Loot-Grade, ne? Ist doch egal. Hier, Tag. So. Ist doch doch. Alles klar, komm wieder rein. Wunderbar. Rein. Was ist denn jetzt mit dem Leben eigentlich? Haben wir keine Farbe da? Die Wände markieren. Immer links, oder was? Ja, ich meine immer links, da war doch immer der Loot-Grade. Oh, hier ist ein Loch. Wer hängt jetzt hier? Du. Okay, immer links laufen wir quasi im Kreis, so wie ich das sehe. Hier geht's auch links. Vielleicht sollten wir uns einfach... Ich bin schon gut, vorzulaufen. Die sind aber nicht immer links gelaufen. Ich hab jetzt einen links ausgelassen. Ne, ne, ne. Das warst du. Ich brauchst gar nicht anfangen. Aber hier geht's noch weiter, aber hier brauchst du Crappling-Hook. Den Loot-Grade würd ich schon gern haben wollen von hier. Na, fit. Geht jetzt Crappling-Hooks hier in der Höhle, oder war das Buggy, weil du gesagt hast, es ging nicht? Ne, geht, 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 geht. Da kommt schon der erste Fleder mal aus. Nicht drängeln, Baby. Ich mach ja, ich steh fünf Meter hinter dir. Ach, die nicht weitergehen. Ja, warte doch mal, Chris, renne nicht durch. Kannst du nicht schießen, da? Hä, hier ist wieder der Ausgang. Ja. Lol. Wir laufen vor dem Kreis. Da ist wieder der Ausgang gewesen. Ich würde jetzt hier mal die ganzen Kledermäuse. Ja, geh mal da links. Also rechts ist das, wo Helm hinwollte. Und links... Welche Glocken läuten? Ist die Kirche hier eingebaut? Nein, nein. Nein, nein. Die ist eingefroren. Hier ist er doch rechts, oder? Ich steh beim. Ich weiß mir, jetzt kommt ein Schwert hier. Aber pass auf, ey, die hauen nicht dir runter. Hä? Mann, ey, leck mich doch. Na, vor allem vorne steht Aufpasse, hinten steht Helm und die kickt mich durch. Sie sind beide durch, weil ich mich nicht bewegt kann. Wer, Loot-Grain, hey, 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 hey. Was haben wir wenigstens drin? Loll, ein lilan-lederhut. Oh, lol. Die Rollerhut. Oh, jetzt habe ich die Schnauze voll hier. Und schon wieder 500 Barren für die Gats. Nee, hat der nicht so viel mit. Supi. Na, mit vier kann das auch vergessen, die Höhle. Das ist viel zu viel. Zwei stehen über nur rum und stehen im Weg. Ja, gut, wenn du dich gleich aufteilst. Zwei zum Loot-Grate und einer zum Artefakt. Ja, wenn man weiß, wo das ist, ja dann ja. Ja, Helm, lauf mir vor. Ja, mach ich. So ist ganz simpel. Da lang, da lang und schon stehen wir vor der Wand. Hier, so, und jetzt, da, und hier, und hab, da waren wir nämlich eben auch. Sehr gut. Da waren wir nämlich eben auch. Aber ich sagen, wir wollen mal ein klein und in die nächste Höhle. Na, so, ich bin draußen und jetzt gibt es da zu lachen. Tobi, wo bist du? Guggenköpfe. In Deutsch. Tobi, wo bist du? Ne, irgendwas haben wir vergessen. Tobi! Wie bei Kevin, da rein zu Haus. Ich würde komm dann ab, zurück, da die Faktor ablegen. Ja, oder? Easy. Was ist jetzt passiert? Ja, das hab ich mich auch grad gefragt. Was war das grad für ein Tor? Gut. War das ein Tor, oder? Ein Tor. Na, hier oben, die Dings. Bist du zurückgekommen? Ne. Das hat so ein bisschen Schuh gemacht, oder? Ja. Ich steh in der Basin, hab's auch gehört. Alien-Angriff? Keine Ahnung, was das war. Oder es hat jemand was beschwört, dass man das daran hörte oder so. Ich weiß es nicht. Das kann sein. Wirklich nein. Ich weiß es nicht. Ob man das daran erkennt. Das ist wieder eine perfekte Zuschauerfrage. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was das war. Ja. Hi, Brian. Wir sind alle unwiesen. Uff. Bin da. Man kann ja auch nicht alles wissen. Auch da. Hat der fehlt noch? Ne. Naja, wenigstens wird hier mal alles ein bisschen leerer. Achso. Nee, ist schon oben. Das hast du jetzt mit Absicht gemacht. Das hast du denn alles mitgebracht. Mhm. Meine Person, die reicht doch. Nee, noch nicht mal die, das ist mitgebracht. Ich bin halt draußen im Bett gestiegen. Mhm. Dö, dö, dö. Ja, dö, dö. Alles jetzt in den Schrank, wo auch die ganzen Krähenfüße da drin sind. Die Gehenfüße und so. Krähenfüße, Gehenfüße und so. Krähenfüße, Gehenfüße. Ich glaube, ich bin da hier. Ich brauche es ja noch. Ich habe eigentlich alles. Metall-Aros halt. Warum ist das Rüstung drin? Ja, Alter, schmeißt jedes Mal irgendjemand irgendwas ein. Nehmt euch mit gleicher Satz, bist du da raus. Ich habe es aufgehört. Ich habe es aufgehört zu sortieren. Wie ich habe es mit dem Affe weggeworfen. So was brauchen wir uns gleich. Bleib, 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 bleib da. Dann komm her. Gib mir mal Fetch. Also Arme-Aff hat, nein, nicht so Hunger und zu fressen. Ist auch kein Fetch danach, du Scheiß. Wenn ich kein Fetch mehr. Da war das. Hier war das, wenn ich kein Fetch mehr. Dann lämpfst du eine Spitzhacke. Aus zu jenem Baum. Und das Fetch. Ja, soll ich jetzt den Imba-Helm anziehen hier? Dann zieh den Leder an, Helm. Ach halt, was mache ich denn? Metal! Soll ich machen wir noch 65? Ja, dann lass gleich in die nächste Hülle gehen. Würde ich sagen, würd ich. Was meinst du? So, dann würde ich aber sagen. Hämchen. Ich würde sagen. Ich würde sagen. Wir haben wieder eine Folge hinter uns gebracht. Wieder mal eine Fail-Folge von Chris. Fail, genau. Meine Folge heißt Chris Fail 21. Ja, bei mir steckt der Wurm drin einfach. Das muss an euch liegen. Zieh ihn raus, zieh ihn raus, den Wurm. Der muss weg. Das muss an euch liegen. Ist klar. Wir haben gesagt, Chris, spring dir ein Loch rein. Ja. Und Chris, lass dich unter Fledern, wo du ein Loch schubsen. Ihr habt mir das ins Ohr geflüstert. Ja, wie gesagt, du sollst den Grappling-Hug auspacken, wenn er runterfällt. Ja. Hatte ich gefallen? Nee, hatte ich nicht. Er hatte einen Bogen, aber trotzdem. Nee, du bist ja so schnell da unten im Nirgendwo. Da kannst du ja gar nicht so schnell hucken. Naja. So, guti, Leute. Erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Wieder viel Spaß beim Hayden in den Kommentaren. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017